Dividendenalarm in der Praxis Neun mögliche Szenarien Meine Dividendenalarmstrategie folgt ganz bestimmten Regeln und Ansätzen. Je mehr man sich an diesen orientiert, desto erfolgreicher ist die langfristige Performance. Dazu muss man wissen, dass der Dividendenalarm aus dem Zusammenspiel zwei wesentlicher Punkte besteht. Den Phasen und den Signalen. Eine Kaufphase ist etwas anderes wie ein Kaufsignal. Beides muss nicht zwingend zur gleichen Zeit eintreten. Wenn aber doch, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis gerade für langfristig orientierte Dividendeninvestoren deutlich besser. Welche Kombinationen von Phasen und Signalen es gibt und wie man dann jeweils am besten handeln sollte, möchte ich euch im heutigen Artikel gern zeigen. Die zwei Hauptpunkte meiner Dividendenalarmstrategie Nicht nur Dividendenalarm-Mitglieder können mit dem heute vorgestellten Schema sehr schnell erkennen, welche Handlungsoptionen es gibt. Auch Nicht-Mitglieder können damit die Strategie des Dividendenalarms besser verstehen. Bevor ich mit dem Schema der unterschiedlichen Phasen und Signale beginne, möchte ich kurz noch die beiden Begrifflichkeiten der Dividendenalarm-Strategie näher erläutern. Beginnen wir mit dem Dividendenalarm-Indikator. Der Dividendenalarm-Indikator überwacht den Markt und erkennt Kaufphasen und Verkaufsphasen sowie eine neutrale Phase. Praktischerweise werden diese drei Phasen wie eine Ampel mit Grün, Rot und Gelb dargestellt. Mit dem Dividendenalarm-Indikator erfährst du zum Beispiel, wann sich der Markt in einer seltenen Überbewertung oder auch Unterbewertung befindet. Erst mit der Aktivierung von einer der beiden Phasen ist die Zeit gekommen, Transaktionen vorzunehmen. Sei es als Käufer oder eben auch als Verkäufer. Dazu gibt es noch die Dividendenalarm-Signale. Die Dividendenalarm-Signale überwachen die einzelnen Dividendenaktien. Hier gibt es Kaufsignale sowie Verkaufsignale. Auch hier wieder die Markierung in Grün und in Rot. Die Signale zeigen dir, welche Dividendenaktien aufgrund ihrer aktuellen Bewertung für Transaktionen überhaupt nur in Frage kommen. Weiterführende Informationen allgemein zur Dividendenalarm-Strategie möchte ich hier im Rahmen dieser Podcast-Folge nicht besprechen. Gehe dazu einfach auf dividendenalarm.de und du findest dort alle Informationen und kannst mit einer kostenlosen E-Mail-Serie direkt starten. Wir machen an dieser Stelle weiter und schauen uns die neun möglichen Szenarien an. Zum besseren Verständnis findest du an dieser Stelle an verschiedenen Punkten in meinem Blogartikel unterschiedliche Grafiken und Tabellen. Dort dargestellt werden die drei möglichen Phasen des Dividendenalarm-Indikators. Also eine Kaufphase, eine Verkaufsphase sowie die neutrale Phase. Im unteren Bereich der Übersichten werden die drei möglichen Signale einer Aktie dargestellt. Entscheidend sind hier die Kaufsignale sowie die Verkaufssignale. Außerhalb dieser beiden Hauptsignale befinden sich Aktien in einem neutralen Rahmen und generieren kein Signal. Die neutrale Phase sowie die neutralen Signale dominieren zeitlich gesehen die anderen beiden Phasen und Signale. Definieren wir kurz zu Beginn noch die einzelnen Phasen des Dividendenalarm-Indikators. Von einer Kaufphase wird gesprochen, wenn der Dividendenalarm-Indikator einen Wert von unter 30% erreicht hat. Der gesamte Aktienmarkt befindet sich hier an einem Tiefpunkt. Sehr viele Aktien generieren Kaufsignale und nur sehr wenige ein Verkaufssignal. Diese Marktphase sollte für langfristige Einstiege genutzt werden. In dieser Phase werden keine Aktien verkauft. Meinen persönlichen Workflow, den ich während der Kaufphase des Dividendenalarm-Indikators anwende, habe ich dir in meinem Blogartikel an dieser Stelle verlinkt. Indikatorwerte zwischen 30 und 70% werden als neutrale Marktphase bezeichnet. Die Bewertungen einzelner Aktien sind hier ausgeglichen und die Volatilität am Markt ist deutlich geringer als in den beiden anderen Indikatorphasen. Die neutrale Marktphase sollte maximal für vereinzelte Optimierungen und für den Cashaufbau genutzt werden. Auch hier gibt es einen Workflow, den ich dir zur neutralen Phase in diesem Blogartikel verlinkt habe. Von einer Verkaufsphase sprechen wir, wenn der Dividendenalarm-Indikator über 70% steht. Der Aktienmarkt hat hier ein Niveau erreicht, bei dem ein Großteil der Aktien hohe Bewertungen erreicht hat. Sehr viele Aktien generieren hier Verkaufssignale und nur sehr wenige ein Kaufsignal. Diese Marktphase sollte durch vereinzelten Positionsabbau und zum Cashaufbau genutzt werden. In dieser Phase werden keine Aktien gekauft. Und auch hier findest du einen Link zu meinem persönlichen Workflow der Verkaufsphase im Blogartikel. Kommen wir zu den Dividendenalarm-Signalen. In jeder der drei Indikatorphasen kann eine einzelne Aktie unterschiedliche Signale generieren. So kann der Markt zwar eine Kaufphase anzeigen, eine Aktie aber gleichzeitig ein Verkaufssignal generieren. Wie geht man in diesem Fall damit um? Und eben aus diesem Zusammenspiel von drei Phasen und drei unterschiedlichen Signalen ergeben sich neun unterschiedliche Szenarien für eine einzelne Aktie. Je nachdem, in welcher Phase sich der Dividendenalarm-Indikator befindet und welches Signal eine Aktie generiert, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu handeln. Erst das richtige Zusammenspiel von Phasen und Signalen macht eine langfristige Investition erst so richtig rentabel. Auf die neun einzelnen Szenarien möchte ich nun etwas näher eingehen. Dabei sei, wie immer gesagt, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Ich beschreibe hier nur, wie ich grundsätzlich vorgehen würde. Was nicht bedeutet, dass jeder individuell auch anders verfahren kann. Die Chancen und Risiken eines Investments muss jeder für sich abschätzen. Beginnen wir mit der Kaufphase des Dividendenalarm-Indikators. Das erste Szenario ist also die Kaufphase und eine Aktie hat ein Kaufsignal. Wenn eine Aktie während einer Kaufphase ein Kaufsignal generiert, dann ist dies genau das Szenario, auf das wir gewartet haben. Eine bessere Situation kann praktisch nicht eintreten. Es herrscht Unsicherheit, der Markt ist am Boden und eine Aktie, die uns interessiert, hat mittlerweile eine sehr starke Unterbewertung erreicht. Fast ausschließlich kaufe ich in genau diesem Szenario meine langfristigen und dann qualitativen Depotwerte. Kommen wir zur Kaufphase und eine Aktie generiert kein Signal. Die Marktsituation ist die gleiche wie im ersten Beispiel. Aber unsere Aktie generiert noch kein Kaufsignal. Dies bedeutet, dass unsere Aktie noch nicht so günstig ist, wie sie in der Vergangenheit immer wieder mal war. Daher hat sie auch noch kein Kaufsignal aktiviert. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht wirklich teuer, denn sie generiert ja auch kein Verkaufssignal. In diesem Fall heißt es, weiter warten. Denn um ein Kaufsignal auszulösen, hat die Aktie noch Potenzial, weitere Kursverluste auszubauen. Besonders an mehreren aufeinanderfolgenden panikartigen Markttagen kann kurzfristig das Kaufsignal aktiviert werden. Im schlimmsten Fall wird während der laufenden Kaufphase kein Kaufsignal generiert. Dann sollte man dies auch akzeptieren und sich ausschließlich auf Aktien mit einem Kaufsignal konzentrieren und auf einen besseren Einstieg hoffen bei der nächsten Kaufphase. Nun gibt es auch die Möglichkeit, dass während einer Kaufphase eine Aktie ein Verkaufssignal generiert. Stell dir diese Situation mal bildlich vor. Der Markt ist am Tief und eine Aktie in deinem Depot ist historisch betrachtet so teuer, dass sie ein Verkaufssignal generiert. Genau solche Aktien brauchst du als Ausgleich in deinem Depot, wenn die Märkte abschmieren. Es gibt immer wieder Unternehmen und Branchen, die sich antizyklisch entwickeln. Oder sie sind die Gewinner der Krise. Da wir uns gerade in einer Kaufphase befinden, würde ich eine Aktie mit einem Verkaufssignal weder verkaufen noch kaufen. Du würdest dich sonst deiner stabilen Depotpfeiler entledigen? Denn dein Depot steht im Moment genau wegen solchen Aktien noch einigermaßen gut da. Sobald sich der Markt wieder erholt, werden sich defensive Aktien auch wieder von ihren hohen Aktienkursen erholen. Daher macht ein Kauf an diesem Punkt auch keinen Sinn. Die neutrale Phase des Dividendenalarm-Indikators Auch hier gibt es wieder drei unterschiedliche Signalmöglichkeiten. Starten wir mit dem Kaufsignal. Die neutrale Phase überwiegt zeitlich gesehen beim Dividendenalarm-Indikator. Wenn eine Aktie in dieser Phase ein Kaufsignal generiert, sollte geprüft werden, ob es einen triftigen Grund dafür gibt. Hat das Unternehmen spezielle Probleme oder betrifft es eine ganze Branche? Hier steht das Unternehmen zu seiner Dividendenpolitik. In dieser neutralen Phase würde ich nur in Ausnahmefällen vereinzelte Aktien kaufen oder bestehende Depotpositionen aufstocken. Eine gute Möglichkeit wäre eine Depotoptimierung. Dies wäre gegeben, wenn zeitgleich ein Depotwert innerhalb der gleichen Branche ein Verkaufssignal generieren würde. Mit Hilfe von Rebalancing-Optionen kann man so einzelne Aktien austauschen und seine Dividendenerträge damit vervielfachen. Auf ein Beispiel dazu komme ich gleich beim Verkaufssignal zu sprechen. Denn der Ausgangspunkt für ein Rebalancing ist immer, eine Aktie im Depot zu haben, die ein Verkaufssignal generiert. Was tun, wenn während einer neutralen Phase deine Aktie kein Signal generiert? Der Markt ist also sehr neutral bewertet und wenig volatil. Es gibt keine klare Tendenz hin zu einem Bullenmarkt oder einem Bärenmarkt. Dazu generiert unsere Aktie auch kein Signal. Weder ein Kaufssignal noch ein Verkaufssignal. Offensichtlich wird unsere Aktie fair bewertet, was historisch betrachtet eben keine Seltenheit darstellt. Hier bedarf es also keinerlei Handlungsbedarf. Und schlussendlich die dritte Option wäre eine Generierung des Verkaufssignals. Rebalancing-Optionen zeichnen sich durch hohes Optimierungspotenzial aus. Zwei Aktien aus ein und derselben Branche generieren unterschiedliche Signale. Ein Depotwert ist z.B. teuer, daher auch das Verkaufssignal und bietet jetzt nur noch eine geringe Dividendenrendite von, sagen wir, 2%. Alternativ gibt es aktuell eine Aktie innerhalb der gleichen Branche, die unterbewertet ist und ein Kaufssignal generiert. Dazu kann diese Aktie mit einer Dividendenrendite von, sagen wir, 4% aufwarten. Nach einer positiven Überprüfung beider Werte könnte man einen Tausch im Depot vornehmen. Wir verkaufen die teure Aktie und kaufen uns die Aktie mit dem Kaufsignal. Unterm Strich haben wir unsere Dividendenerträge aus dieser einen Position heraus verdoppelt. Die Verkaufsphase des Dividendenalarmindikators. Auch hier gibt es wieder drei unterschiedliche Szenarien. Wir starten mit dem Kaufsignal. Ähnlich wie bei der Kaufphase befinden wir uns aktuell in einer anderen extremen Marktphase. Allerdings geht es hier deutlich gesittet dazu, als während der panischen Kaufphase. Der Markt hat eine sehr hohe Bewertung erreicht und die meisten Marktteilnehmer merken dies nicht einmal. Während viele Aktien wirklich teuer sind, hast du eine Aktie im Depot, die ein Kaufsignal generiert. Sie ist damit günstig, wie sie es nur selten ist. Niemand hat aktuell Interesse an ihr. Anstatt dies als einmalige Gelegenheit wahrzunehmen, solltest du der Tatsache mal auf den Grund gehen. Mitunter gibt es hier Probleme, die einzig und allein das Unternehmen betreffen oder die Branche hat im Moment keinen guten Stand. Da wir uns gerade in einer Verkaufsphase befinden, würde ich eine Aktie mit einem Kaufsignal weder kaufen noch verkaufen. Stell dir vor, der Markt legt demnächst den Rückwärtsgang ein. Die Wahrscheinlichkeit ist hier relativ hoch. Was meinst du, wird mit dem Aktienkurs deiner Aktie passieren? Warum sollte der Markt gerade dann diese Aktie kaufen? Das Risiko wäre mir eindeutig zu hoch. Konzentriere dich jetzt ausschließlich auf die Aktien in deinem Depot, die ein Verkaufssignal generieren. Und was machen wir mit denen, die ein neutrales Signal haben, also gar keins? Gleiche Marktsituation wie im ersten Beispiel. Aber unsere Aktie generiert kein Signal. Dies bedeutet, dass unsere Aktie noch nicht so teuer ist, wie sie in der Vergangenheit immer wieder mal war. Daher hat sie auch noch kein Verkaufssignal aktiviert. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht wirklich günstig, denn sie generiert ja auch kein Kaufsignal. In diesem Fall heißt es, weiter warten, denn um ein Verkaufssignal auszulösen, hat die Aktie noch Potenzial, weitere Kursgewinne zu verzeichnen. Es kann durchaus auch passieren, dass die Aktie während der laufenden Verkaufsphase kein Verkaufssignal generiert. Dann sollte man dies akzeptieren, sich ausschließlich auf Aktien mit Verkaufssignal konzentrieren und auf einen besseren Ausstieg hoffen bei der nächsten Verkaufsphase. Und zu guter Letzt das dritte Szenario. Unsere Aktie könnte natürlich auch während der Verkaufsphase ein Verkaufssignal generieren. Und wenn eine Aktie das tut, dann ist es genau das Szenario, auf das wir gewartet haben. Eine bessere Situation kann praktisch nicht eintreten. Es herrscht Friede, Freude, Eierkuchenstimmung am Markt. Es werden immer höhere Kursziele ausgegeben und viele Marktteilnehmer posten täglich neue Höchststände ihrer Depots. Während dieser Zeit hat eine Aktie aus unserem Depot ein Verkaufssignal generiert. Sie ist mittlerweile also auch auf einem historisch hohen Niveau angekommen. Und in diesem Szenario konzentriere ich mich ausschließlich darauf, herauszufinden, ob und zu welchem Preis ich meine betroffenen Aktien mit Verkaufssignal verkaufen kann. Nun habe ich dir die einzelnen neun möglichen Szenarien vorgestellt und du weißt nun, wann du wie mit deinen Depotwerten umgehen solltest. Dieses neunteilige Schema zeigt aber auch, wie simpel im Grunde die Dividendenalarm-Strategie funktioniert. Und wenn du mehr über die Dividendenalarm-Strategie erfahren möchtest, dann schau einfach vorbei bei Dividendenalarm.de und starte mit der kostenlosen E-Mail-Serie. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Dein Alex Dein Alex Dein Alex Dein Alex Dein Alex Vielen Dank.